Dies ist ein Inhaltstest der Haribo Minipack Mega Selection. Stimmt die Inhaltsangabe auf der Verpackung oder weicht diese stark ab? Dies ist der angegebene Inhalt auf der Verpackung. Leichte Abweichungen sind möglich und normal. – Das W negócio – – Sch whisper, – – – – – – – Okay. Es sind nur 5 anstatt den 6 unterschiedlichen Mini-Packs enthalten. Insgesamt sollten es 34 Päckchen sein, aber eines fehlt. Damit sind es nur 33 Stück. Es waren 0 Saft-Goldbeeren enthalten. Somit hat eine Sorte sogar komplett gefehlt. Mit 18 Packungen war die Sorte Goldbeeren mehr als 50% enthalten. Das ist keine Mega-Selection sondern ein Produktionsfehler. Die Abweichung des Inhalts ist zu stark.